Stürmer Sandro Wagner, 30, hat gut drei Monate nach seinem Rücktritt aus der Fußball-National-Elf versöhnliche Töne anklingen lassen Der Angreifer des FC Bayern hatte nach seiner Nicht-Berücksichtigung für die WM in Russland Mitte Mai seine Laufbahn in der DFB-Elf überendet erklärt Was ich bei meinem Rücktritt damals leider nicht gut kommuniziert habe, ist, dass ich Jogi Löw immer sehr dankbar sein werde, dass er mich überhaupt zum Nationalspieler gemacht hat, sagte Wagner der Sportbild und meinte, das werde ich ihm trotz der bitteren Nicht-Nominierung nie vergessen Wagner wollte nicht darüber spekulieren, ob die deutsche Elf bei der WM mit ihm besser abgeschnitten hätte Es wäre jetzt sehr einfach